Was wird passieren, Daniel? Ich glaube, Jonathan wird gleich reingerannt kommen, sagen, wo ist der Ball. Dann zeigen wir ihm, dann wird er fragen, wo ist die Pumpe. Dann sagen wir, weiß ich nicht. Und dann sagt er, wie soll ich den jetzt aufblasen. Und dann sagen wir, wie soll ich den jetzt aufblasen? Hey. Ist das der Erdball? Ja. Und ich muss ihn auch prüfen? Ja. Mitten an der Füste. Ähm. Ha. Was ist das für die denn? Leute, das könnt ihr nicht... Nein, das könnt ihr nicht ernst machen. Alle hängen gegen die Kamera selbst. Ja, was ist los? Ja, minus eine Minute. Ich muss doch mal so ein Ventil finden. Das kann ich kein Ventil. Doch. Nein, jetzt nicht. Stimmt. Man zaubert die Luft hinein. Wir stehen von hier. Jetzt nicht mehr. Scheiße, mit dem falschen Ball bestellen. Ja, den ohne Ventil. Ohne Ventil. Scheiße. Ja. Was soll mit dem Tisch hänges fallen? Ah, ich brauche den Pumpen. Ja. Bitte nicht das Ventil verlieren. Ja. Dann muss er die Pumpen. Materialzeitwache. Geil, das gönne ich mir doch. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Auf zu kommen. Hahaha. Hahaha. Ey, die. Hahaha. Man halte fest, seit fünf Minuten sollten die Turniere bereits beginnen. Man halte fest, Jonathan hat eine Luftpumpe. Jetzt kommt der Moment, wo er überlegt, gibt es noch eine andere Strategie. Wann wird Fred merken, dass Ihre Luftpumpe gar nicht die richtige ist? Wann wird sie merken, dass der Ball verputzt ist? Was sagen die Illuminati dazu? Jetzt kommt die Frustration bei Jonathan, es kommt gar keine Luft in den Ball. Johnny, irgendwo liegt hier so eine Luftpumpe. Ich habe nur mal das Ende gesehen. Das geht nicht! Alter! Fred! Was darf ich jetzt machen? Nimm den Fußball! Den Basis? Ja! Ey, ich habe auch einen Basis-Fußball, ne? Nein, du musst irgendwann... Ey, ich kann dir nicht aufholen, das dauert 10.000 Millionen Jahre. Du kannst doch nicht um vier Uhr kommen und du denkst, dass dein Erdball fertig ist. Ich dachte, ein Erdball ist ein Fußball, wo Erdball draufsteht! Ah ja! Wo weiß ich, dass ich so einen komischen Ding da mit habe, so einen Müllsack, wo es sich da ist? Oh, wo ist die Pumpe jetzt? Wartest du das denn viel noch? Ja! In meinem Royal-Felt ist die! Nee, da ist die nicht! Diese Kerle! Das wäre ja schon der Erdball! Super Videos werden das! Das wäre ja schon der Erdball!